Willkommen zurück meine Freunde zu Dishonored. Ich muss jetzt in irgendein Arbeitszimmer und ja, ich habe mich unheimlich gefreut, dass nach 16 Minuten Aufnahme, so lange ging die letzte Aufnahme, ich gemerkt habe, dass es gar keine Aufnahme gab. Wir freuen uns alle und ja, lasst es mal weitermachen und mal gucken. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Also wir probieren es einfach mal. So, nochmal speichern. Wir bleiben mal in dieser Zeit, die ist ganz hübsch. Wobei das Vor- und Nachteile hat jede Zeit. Der Vorteil von dieser Zeit ist, ich komme durch die meisten Türen noch durch, weil sie noch existieren. Der Nachteil ist, es gibt überall Wachen. Vorteil von der anderen Zeit, es gibt keine Wachen, logischerweise dafür ein paar Hündchen, aber überall Blutfliegen und Nester und die Türen sind dicht. Also ja, wir müssen mit beiden Zeiten arbeiten und wir gucken mal, wo wir hinkommen. Das bedeutet, wenn wir nicht sehen, dass da wahrscheinlich irgendeine Blockierung ist. Das ist extrem ungünstig. Wir wechseln doch mal eben lieber. Seht ihr? Und das ist jetzt die andere alternative Zeit. Nester und und und. Also Dinge, die man nicht braucht. Können wir hier rein? Was ist noch drin? Das sieht aus wie ein Ort, wo wir auf jeden Fall mal reingucken möchten. Können wir irgendwie von oben oder so da rein? Ich weiß nicht. Vielleicht präferiere ich doch eine andere Zeitzone. Ich bin mir noch nicht sicher. Das, das sieht aus wie ein Ort, äh, vielleicht können wir hier irgendwo. Nein? Nicht? Okay. Wir müssen da hinten hin. Dann, äh, lass uns mal da hinten hin. Guck, hier steht Wachen. Sehr praktisch, die so zu sehen. Ah ja, genau. Hier dran erinnere ich mich. Hier bin ich hergekommen. Wir haben ein Problem. Wir müssen dieses Schlösschen hier bedienen. Normerweise ist das in der Vergangenheit kaputt. Äh, in der Vergangenheit geht's und in der Gegenwart ist es kaputt. Das Problem ist die Freakshow da. Die uns die ganze Zeit anguckt. Und die ganzen Patrouillen, die rumgammeln. Zum Beispiel der. Aber auch das kriegen wir natürlich gemeistert durch. Das hat sich schon lange erledigt. Eben bin ich hier nämlich zum Beispiel sehr elegant einfach mal durchgesprintet. Ja, eben ist gut. Vor ein paar Tagen. Ich würde sagen, das ist alles eine Sache des Timings, oder? Der da muss weg. Und dann machen wir Ding da weg. Hoffentlich klappt's. Hoffentlich klappt's. Was passiert auch nicht, wenn ich mit dem jetzt... Oh, also ich kann nicht Leute mitnehmen. Na gut. Okay, jetzt warten wir noch, bis die Wache wieder kommt. Ja? Warte mal auf hier rum zu quengeln. Du redest voll in Blödsinn. Guten Hunger, Emily. So, und bis jetzt hat's ja geklappt. Bis jetzt, wohlgemerkt. Na los, bewegt ich da hinten. Wenn der weggeht, hol ich mir den. Schade, der letzte Part klang gar nicht mal so schlecht. So, ihr Schmusebacken. Kuschelt euch mal aneinander. Oh, 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 oh. Ich hab's mir irgendwo aufgeschrieben. 9, 7, 2. Neun. Fuck. Und, und, und. Krapouts. Hier scheint es am schlimmsten zu sein. Die zwei Zeiten überlagern sich irgendwie. Äh, ja. Definitiv. Kann der mich sehen? Erneut willkommen in meinem Haus. Bringen wir's hinter uns. Ähm. Was wir jetzt versuchen, ist einzigartig. Beobachten. Es geht über mein Verständnis hinaus und sicher auch über ihres. Wenn jemand Zweifel hat, sollte er sie jetzt über Bord haben. Die Vergangenheit fließt in die Gegenwart. Oder andersherum? Es ist der zerfranzte Rand, wo Naturphilosophie zu etwas anderem wird. Jindos. Ja. Der Baron. Ich kann's spüren. Wir riskieren den Wahnsinn. Der Mördertyp. Je mehr ich höre, desto unvernünftiger kommt es mir vor. Und auf der geht's hier. Wir werden schon mit den Toten reden. Wenn diese Delilah wirklich getötet oder aus der Welt verbannt wurde. Und ihren Verstand verloren hat. Delilah ist stärker als zuvor. Die haben wir ausgeschaltet. Die drei haben wir ja schon ausgeschaltet. Den machen wir gerade. Ich vermute mal, der ist der letzte. Äh. Sions. Gibt's denn auch ein Peacefall? Ach, zu Scheiße. Konzentrieren Sie sich auf das Nichts hinter der Welt. Sie spüren Ihre Macht, oder? Bei den Sternen. Das ist aufregender als jeder Augen. Gibt es einen Weg, das Peacefall zu lösen? Können doch nicht. Idiot. Ich will zurückkehren. Ich will zurückkehren. Ich will zurückkehren. Aus der Kälte. Aus der Ewigkeit. Interessant. Es scheint funktioniert zu. Ähm, das ist jetzt alles andere als gut. Du bist in Sicherheit in diesem Ding. Ah. Luca, das musst du wegsperren. Ich sehe das Innere. Einer ist zu Stein geworden. Der andere wurde neu geschmiedet. Und von dem Schwarzäugigen gezeichnet. Jetzt haben wir es. So macht man sie also platt. Ich sollte mich um ihn kümmern. Aus Treue zu meinem Vater. Halt. Sie sind versteckt. Aber ich weiß, wer sie sind. Wann sie sein werden. Sie haben meine Rückkehr beobachtet. Eines Tages werde ich sie holen. Das Nichts jenseits der Welt ist seltsam. Ich werde nie verstehen, was ich gesehen habe. Das ist korrekt. Lass uns mal da unten gucken. Konzentrieren Sie sich auf das Nichts hinter der Welt. Sie spüren ihre Macht, oder? Hallo. Bei den Sternen. Guten Tag. Das ist aufregender als jeder Augen. Ach, Mann. Ich dachte, ich könnte die vergangene Delilah töten. Hallo? Na gut, dann müssen wir wohl das Haus doch verlassen. Und dann wissen wir uns auch, wie wir Delilah platt machen können. Schöne Sache. Schönes Ding. Schönes Ding. Jetzt kommt das Problem. Wie verlassen wir das Haus? Am besten wahrscheinlich genauso, wie wir reingekommen sind. Ähm, ja. Da ist schon die nächste Frage. Wie bin ich normal reingekommen? Ich habe nicht an diesem Globus gedreht, aber ich tue es jetzt. Ähm. Irgendwas passt mir hier gerade gar nicht. Zum Beispiel das. Danke. Der ist stark. Der ist stark. Der ist stark. Der ist stark, der Kerb. Äh. Bis zum Ende. Dachte ich, ich könnte noch entkommen. Ich kämpfte, doch die Seile schnitten in die Haut und ich wurde schwach. Dann berührte das Messer meine Kirche und ich wusste, es war zu spät. Das Blut lief heraus. Und ich wurde ein Gott. Ja, augenscheinlich. Nun kennst du Delilahs Geheimnis. Am Ende ihrer Tage trieb sie durch das Nichts und hätte auf ewig verloren sein sollen. Doch ihr Wille und ihre Gerissenheit sind einzigartig. Sie fand diesen Ort. Die Insel im Nichts, wo ich das wurde, was ich bin. Er veränderte sie. Und sie fand einen Weg, ihn zu nutzen, die Kraft hier anzuzapfen. Delilah ist jetzt ein Teil von mir. Und das mag ich nicht. Verständlich. Verständlich, junger Mann. Jetzt weiß ich, wie der Outsider entstanden ist. Cool. Hey, das wusste ich nicht. Das muss man Delilah lassen. Sie riss ein Stück ihrer selbst heraus, verbarg es in einem Ding aus Knochen und machte sich unsterblich. Wenn du Delilah töten willst, musst du ihren Geist finden und ihr zurückgeben. Ihn zu erreichen wird nicht einfach. Aber was danach kommt, dürfte das Schwierigste sein, was du je getan hast. Meinen eigenen Willen folgen, ohne in eine Welt gezogen zu werden? Die Welt bietet mehr Mysterien, als ich dachte. Ah, ihr beiden. Jetzt treffe ich mich mit Sokolow am Beiboot. Nach einem seltsamen Tag. Kommt, was er verdient, Megan. Schon zurück? Können wir los? Der Staub macht meine Kehle ganz trocken. Kommt nicht rum, ist Wasser. Trink das. Ja, ich konnte Paolo und Burn umgehen und ich war ins Diltons Haus. Gehen wir. Herzog Luca Abele hat den alten Palast von Kanaka abgerissen, wo er zur Welt kam und einen Prachtbau errichtet, für dessen Preis man ganz Serkonos jahrelang sattkriegen könnte. Er stellt alles andere in den Schatten. Ein Denkmal für sein Ego und seinen fürstlichen Status. Aber was der Herzog seinem Land angetan hat, geschah, als ich Kaiserin war. In Dunwall schauten wir zufrieden weg, solange das Silber weiter floss. Ich muss in den Großpalast eindringen, den Herzog ausschalten und Delilahs Seele stehlen. Das klingt mal wie ein Plan, ne? Das klingt auch mal wie ein Plan, der total easy ist. Was soll da schon schief gehen, ne? Guck mal auf. Spürst du es? Das ist meine letzte Nacht. Bald schon verschmelze ich mit dem großen Nichts. Du solltest Frieden finden. Ich bin schon zu lange hier. Finde Delilahs Geist. Fangen Sie in diesem Käfig aus totem Fleisch. Befreie mich. Ich verstehe nicht. Das wirst du schon bald. Ah, wir sollen Delilahs Geist in einem Herz fangen, oder wie? Guck mal. Das ist, und das ist, Kirin Jindosh. Das ist kaiserliches Konservatorium. Ich glaube, wenn wir ein paar bestimmte Sachen erfüllen, bekommen wir das. Das machen wir bei der nächsten Folge. Und ab jetzt geht es einfach wieder schmusi weiter. Was ist das? Wyman? Who the fuck is Wyman? Wer auch immer das ist. Viel Spaß beim Lesen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Wolf. Ready, aim, fire. Euer Wolf.